Ich finde, der, der ist extrem. Dein Angriff ist mega Schwächung. Kann ich knicken. Es ist doch total unfair, ganz ehrlich. Das macht doch keinen Spaß mit seiner scheiß Wiederbelebung. Ja, Talos konnte ihn einmal angreifen. Ja, komm, ich kann es doch noch gewinnen. Besonders, dass der nur so viel Schaden oder Angriff hat. Das ist natürlich dauernd egal. Ah, der hat noch viel. Na gut. Bringt bei ihm nichts. Komm, mach ihn kalt. Nein, lass dich nicht besiegen. Nein, du bist so ein Trottel. Ich verliere noch, weil er sein... Mach den... Es gibt es nicht. Wie in diesem... Ach, Mann, ey. Nein, nein, das war so knapp. Ist das Monster-Team denn heile? Ja, Mann, das ist... Mit dem Kabum, Alter, das hat mich so zerrissen. Hätte das nicht so oft gemacht. Ich will das einmal noch machen. Wollen wir nur einmal. Ja, was geht, brauche ich ab? Mein Gott. Die zweite Runde hat mich zerrissen, ey. Dürfen die auch noch angriffen als erstes, oder was? Ah, genau. Okay, der ist schon mal down. Soll er auf Talos gehen. Ah, der hat auch eine riesen... Verteidigung. Der hat vier Leben. Beide... Bei der Ausnahme vier Leben. Zauber. Oh, das hat er auch vorher nicht gemacht. Talos wird es nicht in der dritten Runde überleben. Könnte auch schon in der zweiten rausfliegen. Dafür habe ich jetzt... Kabum! In der zweiten Runde definitiv frei. Das heißt, er kann es einsetzen. Oder könnte es einsetzen. Ja, der Mann im schwarzen Gewand. Felix! Der mir Baum brennen... ...gemöglicht hat. Geh einfach weg. Geh weg! Na, wenn die alle auf einem bleiben, ist es optimal. 300. Verzweiflungsschlag, Alter. Jetzt macht er natürlich keinen Kabum. Jetzt heben sie sich bestimmt alles für die letzte Runde auf. Ah, jetzt gehen sie alle auf den, ey. Pechab überlebt der gar nicht mehr die dritte Runde. Weil jetzt alle von Talos abgewendet haben. Ah. Total mies, ey. Total mies, scheiße, ihr. Na, komm. Bam. Macht ihm jetzt so kannst du doch jetzt platt. Danke. Ah, jetzt wird's schwer. Hätte er nicht wiederbelebt, wäre der Brocken weg gewesen. Und hier hätte er mehr auf den Baum gehen können. Der Baum ist als erstes weg. Oder der Brocken. Der Brocken kann, glaube ich, auch wiederbeleben. Shit. Ah, der ist weg. Ah. Zertritt dich doch nicht. Der macht viel zu viel Schaden. Ich darf auch zweimal angreifen. Das ist richtig gemein. Finde ich total unfair, diese Fähigkeit. Na, down. Total overpowered. Ich könnte es einmal probieren, aber... Es fehlt mir definitiv einer. Die machen eigentlich ganz guten Schaden. Der hat auch halt wenig Abwehr. Die anderen Boys nicht probieren. Naja, folgen wir der Quest mal weiter. Und ich probiere es dann halt nochmal... Im späteren Verlauf. Vielleicht kommen wir noch an irgendeinen dran. Weil der letzte im Team... Der Baum und so... Die müssten sich eigentlich nur auf diesen Zombie konzentrieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin. Der andere Teil ist alles overpowered, aber... Fliegen wir mal dem Bösen hinterher. Da ist es doch. Dann würde ich nämlich rollen. Dann würde ich nämlich rollen. Oh, wenn wir doch passend hier. Na, wer kommt denn da? Da... Der olle Wuff. Nein. Und ich komme wieder zu spät. Das war ja klar. Alter, reißt du einfach mal so ein Riesenloch in die Scheibe rein. Geht ja mal dir falsch. Ich komme. Mit dem Monsterteam, wie gesagt, trainieren wir. Aber jetzt machen wir es noch ein bisschen The Quest. Ne. Genau, weil du es mir erzählt hast, weil du jetzt wieder abpernst oder was. Also wir sind einfach nur drin, aber... Hängt bestimmt an dem Monsterfest und wird gleich getötet. Aber warum jetzt... Ach, hier. Fangen wir mal damit an. Alter, genau. Boom. Das hätte auch vorher einsetzt. Genau, in der Monsterrinne. Macht viel. Zu viel Schaden. Boah, der wird bestimmt 10.000 haben oder so. 5.000. Locker. Das zweite Team reinrufen. Jetzt habe ich die noch so umgestaltet. Kannst du dir die Nummer, danke. Boah, beide Verzweiflungsschläge wäre natürlich geil. Und das ist leicht. make 나오는. Bem, weiter. Vielen Dank. Je 먹어� Birds. So. Ich med. Das ist代の könnte. Ich werde ichannya. ... Ich bin Wasser. plan. Yes, das ist geil.